so warten wir noch einen moment ich hoffe die musik ist jetzt nicht zu laut also bei mir auf dem headset ist auf keinen fall zu laut so die würde ich gerne noch hier mitnehmen sterbt 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 aufgeregt das ist nacht ist mir gar nicht so aufgefallen dass wir jetzt so lange da unten waren und wir haben unser altes level wieder das ist doch schön keine gripper man so und wir könnten hier auch mal den weg dann ausbauen das können wir eigentlich machen dann tun wir uns hier die gegend mal so ein bisschen verschönern und für die nächste aufnahme überlege ich mir dann mal noch ein bisschen was was wir so machen können und der wetz gehen der gefällt mir immer noch nicht ja ich muss mal gucken ob ich noch den alten minecraft orten habe mit dem alten text zu pack da war ja noch ein schöner drin mein nachbar was los heisst hier draußen aufgibt deine xp denke wir mal so der weg machen wir aus aus was machen wir den aus kies am besten das kommt da dazu dort kommt damit rein krass wie viel scheiße die einfach nur trocken da wochen packen wir uns das brot noch ein noch und kommen damit rein und kies haben wir da nehmen wir mal ein bisschen was mit so weil haben wir jetzt eigentlich auch mitnehmen da wir jetzt einen bogen abel einmal schippe und los geht's hier sollte eigentlich kein loch unten drunter sein deshalb laufe ich jetzt einfach mal drauf los wobei den weg hier könnte mir auch aus machen wir nicht ich habe da eine andere idee habe nämlich eben überlegt den weg aus koppelstern zu machen aber nee das machen wir jetzt nicht so das war ja gar nicht der kies da ist der kies so bis dahin treppenstufen noch treppenstufen haben wir glaube ich auch noch und pflastersteinstüchen bräuchten wir dann auch noch so da noch da noch machen wir hier noch eine anbindung so dann holen wir noch die stiefchen oder machen uns noch welche je nachdem was wir noch haben so pflastersteine okay packen wir mal noch ein bisserl was ein gut davon brauchen wir auf keinen fall was ach nee das sind ja steintreppen okay dann brauchen wir ein bisschen mehr von packe ich mal ein bisschen was ein machen wir ein bisschen was haben wir ja mehr als genug so und es sieht echt schick aus oder das müsste er doch auch sagen so dann machen wir das mal so 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 und so machen wir uns mal ein stack so zwei stacks das reicht dann erstmal und machen wir uns mal noch zwei stacks von denen hier ja belassen wir es erstmal dabei die kommen hoch ins inventar da kommt einer runter und da kommt einer runter Treppen brauchen wir zwar nicht so viele aber ich lieber mal mehr gemacht als zu wenig weg und hier machen wir das jetzt so dann machen wir hier quasi so die wegbegrenzung ich hoffe das sieht auch was aus lalalalalala haben wir den weg hier auch schon und dann machen wir hier vorne jetzt die stiefchen dran der Treppen und brauche ich jetzt doch cobblestone und die Hau könnten wir auch zurücklegen so das kommt dann so und dann da noch die Treppenstufen drauf ne quatsch der muss runter ja komm da kommt so einer drauf so ich hoffe ich hatte es so gemacht oder ja genau und dann mal schauen wo machen wir den weg entlang haben wir nämlich hier den eingang haben wir erde dabei ja mal weil das jetzt auch sinnlos ist das mit erde aufzufüllen hör 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 ich spuddel das hier jetzt mal so weg und dann gehen wir da noch einen runter so gehen wir hier entlang und dann hier so das hier kommt noch alles weg ja dann gehen wir da noch eine stufe runter blub zack 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 wird der noch zu cobblestone gemacht der auch noch kommt hier noch sowas dran so 1 2 3 hm ich glaube wir bauen einen weg nach da hinten und äh machen dann da so eine abzweigung soo buddeln wir uns hier jetzt mal geradeaus durch machen das hier alles weg machen auch einen schönen kravel weg und und was wir damit dann anstellen müssen wir mal gucken la 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 na so nächste reihe bl blub blub blb blub 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 b blub bl blub 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 Ja sooo 0 genau dann haben wir das hier da haben wir κ gut der andere stack der war eh leer Ich glaube, dann reicht das gar nicht an Kies für den ganzen Weg. Na? Mal bis dahin. Ach nö. Müssen wir ja Kies holen. Ah, Kronk twittert gerade wieder fleißig. Outer City ist aber gerade so halbwegs davor, deshalb sehe ich da gerade nichts. Moment. Outer City weicher. So. Leider haben wir Probleme mit dem Server. Blablabla. Was Problem konnten wir noch nicht identifizieren? Buch. Aber wir hoffen, dass es nicht lange dauert. Ah. Das ist ein Doppelpost. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Leck von oder ein Bug von Twittdeck. Dann will Kronk heute wahrscheinlich noch den Serverumzug über die Bühne bringen von Kronk.de Auch schön. weil die Seite ist momentan echt langsam. Das regt mich immer so auf, wenn die Seite so langsam ist. Da will man mal schnell was nachgucken oder so und dann braucht die Seite drei Jahre, bis sie geladen ist. Na toll. So. Gehen es auch gleich wieder aus. Ich muss mal gucken, wo gehen wir am besten rüber. Lassen wir da noch ein bisschen Platz zum Baum. Wie viele haben wir hier? Zwei Blöcke. Lassen wir hier auch mal so zwei Blöcke. Also bis hier quasi die Kante. So. Ah, wir haben uns hier noch ein Stick gemacht. Das ist sehr gut. Okay, wir haben uns das hier schon mal. Hier machen wir nur zwei breit. Na. So. Da gehen wir noch hier bis vorne hin. Und wir nehmen den Kaktus hier noch mit. Machen hier noch den Kravelweg draus. Blop, 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 blop. Und dann haben wir die Anwendung da auch geschafft. Huch. Füllen wir mal mit Erde auf. So. Da mal Kravel. So. Und es wird schon wieder Nacht. Huch. Dann gehen wir jetzt mal kurz knacken. Und machen am nächsten Morgen weiter. Das lässt sich doch schon langsam sehen hier. Und gute Nacht. Huch. So. Da sind wir am nächsten Morgen. Und weiter geht's. Gar nicht lang gefackelt. Zombie, zombie, zombie. Kein zombie. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll hier. Mit den Stühchen. Irgendwie. Gefällt mir die Kante hier noch nicht so ganz. Vielleicht bauen wir es ja dann doch noch um. Mal sehen. Ich verlege jetzt erstmal nur das Kravel und die Treppen. Und ich überlege mir das mal. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare posten, wie ihr das findet. Und dann je nachdem. Mal sehen, ob ich die nächste Aufnahme schon mache, bevor ich überhaupt eure Kommentare lesen kann. So. Hier gehen wir mal noch einen runter. Aber ich glaube, die nächste Aufnahme, die wird dann auch erstmal einen Weichen dauern. Je nachdem. So. Hier. Die Reihe kommt auch noch weg. Genau. Dann machen wir das hier so. So. Machen wir das hier so. So, ja. Nee. Falsch. Och nö. Und nochmal weg. So. Jetzt aber. Lalalala. So. Gehen wir hier noch einen runter. Ich hasse es, wenn Gravel zum Flint wird. Da könnte ich immer Kinderkrieger. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Dann kriege ich immer einen Hals. Aber was ein Hals, ey. Jo. Na. Dolle in der Tasche wieder voll. Äh. Da. 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 Und da. Dann kommt das hier noch weg. So. Ja. Du. Den Gravel brauche ich nicht. Das Blümchen eigentlich auch nicht unbedingt. Lalalalalalalalalalala. Gut. Den Sapling kann man wegschmeißen. Gut. Wir haben das Blümchen eingesammelt. Das ist schön. Ach. Passiert mir auch jedes Mal wieder. Machen wir den hier wieder weg. Und den hier wieder weg. Und der ist weg. Und da kommt noch so ein Step drauf. So. Ach komm. Das lassen wir da jetzt mal so. Da drüben auch. Eigentlich müssen wir noch einen weiter rüber. Aber ich lasse es jetzt. Da sollst du hin. Da soll er hin. Da soll auch einer hin. So. Der hier weg. Show. Hier mal noch so. Ein bisschen nachhelfen. Kommt da noch einer. Und dann lassen wir das hier erstmal so. Ich muss mal noch überlegen. Was ich da am besten hinbaue. Beziehungsweise was für einen Eingang ich da hin mache. Aber wieder so ein kleines Häuschen quasi draufsetzen. Sieht auch gar nicht so übel aus hier unten. Nur hier oben ist das ein bisschen blöd. Gut. Die Holzfarm da werde ich auch noch ein bisschen ausbauen. Aber der Weg der soll da mal so gerade rüber gehen. Mal sehen ob das geht mit dem. Der beschissenen Framerate. Aber sollte eigentlich. Bauen wir uns mal hier so rüber. Nummer 1 geschafft. Dann kommt die zweite Reihe. Dann haben wir wenigstens schon mal einen Untergrund für den ganzen Keys. Oder für den Gravel. Und den Rand können wir. Achso. Können wir ja immer noch nachbauen. Oder unterbauen. Je nachdem wie das dann von unten halt aussieht. Dann setze ich den Keys schon mal hin. Gut. Weiter gibt es erstmal nicht. Nächste Reihe. Ich glaube hier links mache ich auch noch zu. Rechts können wir ja dann so. Ja komm. Bleibt so. Können wir da noch einen Eingang dann reinbauen. Irgendwie. Was soll die Scheiße. So. Jetzt aber. Taitt. Waala. Taitt. When.